Sehr schön, Dankeschön. Also bereitet euch vor, schnallt euch an, weil wir werden ganz etwas Besonderes machen. So, heute werde ich euch verbinden auch mit ganz vielen Themen. Ich hoffe, dass ich das auch so schön erklären kann wie auf meiner Sprache. So werde ich jetzt auch meine lieben Intuition, meine Sprache auf einmal so umändern. Und jetzt spreche ich auf Deutsch. Und werde mit Deutschland, Österreich und Schweiz mich vollständig verbinden. Und mit eurem Herzen, mit eurer Seele. So. Ja, lasst es einmal wirken. Ich werde euch führen heute in viele Themen. In Themen, was ganz, ganz wichtig ist, was die nächsten Tage uns zeigen werden. Wir kommen von einem schönen Neumond, die 13 Tage und Nächte gedauert hat. In einen schönen Vollmond, einen mega super Mond heute. Und in diesem großen, riesigen Mond kannst du einfach baden. Einfach du sein. Einfach du sein. Losgelassen von jedem Emotion, Materielles, die jetzt, die Zeit ist, in dieser Nacht, in dieses weißes Licht umzuhüllen. Und ich möchte jetzt mit dir noch ein paar Themen, bevor wir noch tiefer eingehen. Was bedeutet für dich, für mich, für uns alle? Was ist diese Bedeutung? Und was bringt auch in uns? Warum haben wir das Ganze? Dieses Steinbock, aber auf der anderen Seite auch den Nord vom Stier, diesen Knoten des Stiers, ganz, ganz oben, die verbindet sich mit dem Steinbock und gleichzeitig mit dem Krebs und mit dem vollen Mond als gesamt weißes Licht, die dich jeden Stern jetzt im Hier und Jetzt, dich vollkommen umhüllt. Und genauso erlaube es dir jetzt. Erlaube es dieses weißes Licht. Auch diese hart, hartnäckige von Steinbock in etwas Gutes umzuwandeln, in Strategien, in Perspektiven, in Erfüllung deiner Vision oder deiner Mission in deinem Leben. Erlaube es dir durch jedes Mal Atmen und dein Brustkorb auf deinem Herzen du selbst zu sein. Erlaube es dir. Diesen Schicksal, die jetzt heute sich trifft, um den Nordknoten, den Stier, den Steinbock, um den Mond, diese Dreieinheit, diese Zusammenhänge des Lichts der Sternen, alle Sternenkonstellationen, Planeten, die damit verbunden sind, ist das Gefühl der Hoffnung, dir einfach zu schenken, Erleuchtung dir zu schenken. eine Art Betonung, Kraft, Weisheit, so diese weise Seele, die du in dir bist, vermittelt und verstärkt, verstärkt jeglichen Potenzial, die jemals ausgeblendet war. Und lass dich sogar überraschen. Überrasch dich, indem du umgehen kannst mit dem ganzen Materiellen und Strukturen. Du schenkst deine eigenen Strukturen, seit du jemals Strukturen erhalten hast, seit der Geburt, sogar bis zum Mutterbauch. Und sagst du dir selbst, ich erlaube es mir, jede Struktur neu zu ordnen, neu zu platzieren, so wie Perlen, so wie wunderschöne Perlen, eine Wand aus Perlen oder einen Turm bauen kannst. Ein Turm nicht aus Sand, sondern ein Turm von lauter Perlen, wo jede Perle eine Struktur dort baut. Jede Emotion in diese Perlen reingeht und in diesen Perlen langsam, langsam dies zu einem schönen Turm bauen, was du jemals gehört hast. Lass es bauen und stell Verbindungen, stell Verbindungen durch diese Sternenkonstellationen, dieses emotionale Welt, materielle Welt, die du erlebt hast im Hier und Jetzt, in den höchsten Du umzuwandeln, in Perlen deiner höchsten Du, deine höchste Seele und jede Perle wird von der Kraft des Mundes bekräftigt, gestärkt, um loszulassen. Vielleicht alles, jede Emotion, die dich vielleicht belastet hat in den letzten Zeiten, Traubigkeit, Wut, Egal welchen, erlaube es dir und erlaube auch den Steinbock dieses Praktisches, dieses Nicht-Emotionales, sondern Reales, etwas, was du in den Alltag reingeben darfst und kannst, dass praktische Dinge in deinem Leben dich leiten und führen, aber von deinem Herzen, von deiner Seele und nicht von der materiellen Welt, was da draußen ist. Lass los von jeder Struktur, mit jeder Perle, die du baust, mit jeder kleinste, süßeste Perle und in diesem Mondzyklus du kannst das Materielle ganz anders in dir erlauben, die Fülle beeinflussen, indem du die Fülle sein darfst. das Mondlicht zeigt dir die strategischen Perspektiven, wie du deine eigene Vision und Mission von erfüllen darfst. Du verwirbst, du kannst etwas entwerfen im Hier und Jetzt, in diesen Dreier Einheit des Nordknotens, des Stiers, aber auch vom Mond, du darfst alles in dieser Einheit, die Zusammenhänge fördern, dein Denken des Herzens, der Seele fördern und alles, was du in dir erlauben darfst. Hoffnung, Überraschungen können kommen und dieser Abend vor dem Schlafen möge dieser Abend deinen Körper die ganze Nacht mit dem Vollmond Licht, weiß, kristallin, Licht, alle guten Ideen in dieser Zeitachse dir schenken, die von Krebs zu Steinbock nachwandern, dass du alles inzwischen diese Verbindungen stellst von emotionalen, materiellen, aber von den Spirituellen noch ganz wichtiger. Allas, welche auch immer probleme hat es die letzte zeit was auch immer du herum gebaut hast du kannst sie jetzt lösen das praktische und schönste weg deine kraft ist so stark dass dein herz wirklich großartig strahlen um jede ziellinie die deines weges zu entwerfen zu verwirklichen so was deine höchste seele ein warst du sich von dir wünscht seine großartige zeit die zu dir kommt mit viel klar das leben funktionieren kann auch ohne emotionen die dich belassen ohne problemen diesen weg dir klar macht und dieses weißes mondlicht zeigt dir jetzt über diesen kuppel oder diesen wunderschönen turm die du gebaut hast mit diesen süßen perlen eine riesige sphäre wo hinein ist dein mission dein vision dein lebensziel von den höchsten perspektiven gesehen nicht von deinem geist nicht von deinem körper sondern alles was von oben in diesen schönen dreier einheit in diesem spiel der lichtern der alle sternen des mundes können langfristige auch ziele von deinem leben sogar lösung konkret kommen aufbauen in diesem kugelsphäre du kannst alles rein geben sagt eine seele sende du die lösungen mein höchstes ich sende du die lösungen genau dorthin somit kann ich in der zukunft anzapfen holen klarheit wohl dass meine ziele diese langfristige wirklich lösungen gefunden werden können ich bin mir äh o ich bin m ich rufe dich und diese wunderschönen mit dir zu besiedeln diese jange wir dich jetzt unterstützen und das weiße vor licht umhüllt den ganzen körper den gesamten sein und alle anderen sternen des steinbocks des stiers im norden mit dem mond gemeinsam um den krebs alle diese sternen diese süßen sternen und die heiligen der sterne mit stange gemeinsam diese weiblichkeit diese jenseite des mondes die wunden in deinem herzen heilen reinigen die emotionen transformieren deine perlen erleuchten lassen mit dem weißen licht und visualisiert diesen wunderschönen turm die du gebaut hast mit vielen perlen mit diesem basament stärke und kraft aber oben steht da ein ziel da ein vision da ein mission von deiner höchste seele ein wahres du alles das erlaub es dir in dir zu fließen kristall licht umhüllt dein körper ein 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 Öffne dein Herz. Vollständig. Und wir gehen zu dem nächsten Punkt. Und wir gehen zu dem Selbstwertthema, den größten Schritt deines Unterbewusstseins. Changa, schenk uns Selbstwert, Selbstkraft, um jegliche Angst, Traurigkeit, Wut, Ärger, Sorge loszulassen. Von jegliches Gefühl, ich bin es mir nicht wert, von jeglichen Schulgefühlen loszulassen. Und möge ich baden in deinem Licht, in deine Liebe. Changa. 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 darf gemeinsam in diese Schönheit, in diese Schönheit der Land, auch der Tara, der weiße Tara, mit dem weißen Licht von Chang'e und der weiße Tara gemeinsam dich und deinen Raum umzuhüllen, damit du da sein darfst, eins werden darfst und visualisier jetzt dieses Vollmond deinen ganzen Körper umzuhüllen, dass du eins sein kannst mit dem Vollmond, du wirst eins mit dem Vollmond im Hier und Jetzt. Langsam du wirst eins mit dem Vollmond und alle Taren kommen zu dir und tanzen mit dem Vollmond zusammen. Alles wird eins mit dir. und das mit dem Vollmond Amen. Und ganz unter dem Vollmondlicht. 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 Und alle Sterne, die damit verbunden sind, werden eins mit deinem Sein. Und ganz unter dem Vollmondlicht. 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 Und bleib es. Und bleib es. Und ganz unter dem Vollmondlicht. Mondlicht. Und erlaube es. 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 finden, einen Wunsch finden, den man in diesem Vollmondzyklus setzt, in diesen kommenden 28 Tagen. Uns wünschen, dass es sich manifestiert. Was ist so ein Herzenswunsch? Lasst uns einfach mal reinhören und spüren, was liegt uns am Herzen jetzt? Das ist wirklich so ein ganz, ein ganz, ein ganz ein tiefer Wunsch. Was tut unserer Seele gut? Was tut unserem Herzen gut? Was ist es, was sich in den nächsten 28 Tagen mit der Unterstützung all der Taras, all der Heiligen Tumöge? Das ist was Körperliches, gesundheitliches. Das ist was, was wir persönlich entwickeln wollen in uns. ist es was in einer Beziehung, im Berufsleben. Was ist dieser eine Herzenswunsch jetzt für diesen neuen Mondzyklus? Wenn man diesen Wunsch spürt, wie fühlt sich der anderen, der in Erfüllung gegangen ist? Wie ist es, wenn das jetzt hier sich manifestiert? natürlich ist eine zentrale Frage, was kann ich persönlich tun, damit sich das erfüllt? Yen Ren Gaban, Himmel Mensch 5050, wir haben die Freude und die Unterstützung des Himmels. Aber auch wir dürfen 50% machen. Was sind unsere 50%? in der Manifestierung dieses Herzenswunsch. Würf man vielleicht eine Eigenschaft ablegen? Würf man vielleicht gewisse Glaubenssätze transformieren? Aber dürfen man neue Gewohnheiten in den Alltag bringen? wie zum Beispiel eben ein Mantra zu chanten über bestimmte Zeit und bestimmte Dauer oder auch vielleicht Kalligrafie nachzufangen? Ich komme gerade aus 24 Stunden, wo ich bis auf 5 Stunden Schlaf und Kurz Essen durchgehend Kalligrafie geschwimmen habe. Das hat mit meiner Rezertifizierung zu tun als Kalligrafie Lehrer. Und diese 50 Kalligrafien, die man da schreibt, so einzudarfen, für den ganzen Tag, das ist unendlich schön. Das ist unendlich erfüllend und das unendlich viel Lichtkraft und das ist unendlich Also was mag in euren Alltag welche Unterstützung können wir geben, das ist der Wunsch Spannende Oder es ist doch gar nicht so bewusst, dann können wir uns ja führen lassen. Auf jeden Fall möchte ich jetzt die besondere Taukalligrafie hinter mir unsere geliebte Wasser Mond Kwan Yin bitten uns bei einem Wunsch zu unterstützen. Nicht bewusst ist, dann möge Kwan Yin entscheiden, wo sie uns hilft. Ring Hui Shang Sch Schwe Kwan Yin geliebte Ring Hui Shang Sch Wasser Mond Kwan Yin Wir lieben Dich Wir ehren Dich Wir wertschätzen Bitte Hilfe uns jetzt Begleite uns am Mond Zyklus einen speziellen Wunsch vollständig zu manifestieren. Das ist so Dank Dich Wasser Mond Kwan Yin kommt in der Lage unsere Illusionen zu fallen Heben Die Lage unsere Illusionen zu Heben Schleier zu Heben dass man wirklich mit unserem Herz mit unserer Seele tiefer blicken kann Ihr könnt euch einfach jetzt kurz mit einschwingen die Kalligrafie für uns nah als Licht übertragen wie angemessen für einen Herzens Gott von ein und ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 ebenso wie das bild zeigt wir sind wirklich umgeben von der größten fülle und die hammer in uns das ist unsere wahres selbst das zugang hat zu allen zu den höchsten ebenen des himmels wenn man vielleicht in dieser ruhe in dieser stille auf heute abend ausklingen lassen jeder bei sich mit sich ich darf ganz viel herzensliebe von amadea euch weitergehen dürfte schon wieder zu einem weiteren termin jeder kann so bei sich bleiben einfach jetzt diese mondverbindung spüren die verbindung zu den heiligen spüren vielleicht zu dem heiligen der gerade bei euch ist wir können auch in unserem herzen danke sagen dass man ganz viele wieder waren heute die da gemeinsam zusammengekommen sind aber bleiben wir in uns vielleicht wirklich jetzt dann alle geräte ausschalten hinlegen oder noch meditieren oder kaligrafie schreiben oder ein mantra noch so dahin summen aber vor allem in uns bleiben wenn es möglich ist diesen wahren ort des glücks der weisheit vollkommenheit in uns zu halten und so weiß ich dass wir uns alle gern noch sehen wollten und uns verabschieden wollen aber lasst es uns auf herzen ebene auf seelen ebene tun die augen geschlossen vielleicht und jetzt noch eben wenn das video aussieht vielleicht noch in der stille bleiben und einfach die verbindung nutzen die amathia so wunderschön aufgemacht hat die mondgöttin uns gesegnet hat die weiße thara mit allen tharas aus dem tharaland guan yin mit all ihren verbindungen mit den buddhas und buddhisattas des david show dann aus unseren himmlischen verbindungen unseren himmlischen teams die einzelnen heiligen die da sind und vielleicht ganz besonders der oder die heilige die gerade bei uns ist vielleicht wollen wir da einfach noch in ein kurzes zwiegespräch gehen lasst uns mutig sein und vertrauen einfach fragen stellt so wie man mit einem freund sprechen und so ziehe ich mich auch zurück und wünsche euch einen wunderschönen abend tief verbunden mit euch selbst tief verbunden mit dem universum dem himmel und einem dem himmel 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 dem heilig die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020